hallo meine lieben lieferanten da draußen heute möchte ich euch die drei freien zeichen das ganze ist im kosmos verletzt hat 8,99 Euro gekostet in Österreich 9,30 Euro das ganze buch hat 144 Seiten und von mir 4 Sterne bekommen 3 fand ich zu wenig 5 fand ich zu viel also war ich bei 4 Sterne ja in Signale aus dem jenseits geht es halt darum dass eine gewisse Astraler mit dem Toten via Telefon bzw. Astraler telefoniert mit Angehörigen die eine Person verloren haben und kommuniziert mit den Toten so Bob Endos soll sich diese Show einmal angucken und ist ganz verblüfft von dieser Stimme und erkennt auch eine gewisse Person darin die auch in den 2 oder 3 früheren Fällen wenn ich ihn vergesse wenn ich es unten ein ähm da drin vorkommen und ja ähm und er ist dann auch ein äh ist am Anfang dann auch ähm in diesem Aufnahmestudio mal drinnen um wirklich zu gucken ob das wirklich diese Person eben ist ähm und dann folgen sie natürlich dieser Spur und kommen auch ein mysteriöses Verbrechen auf die Spur ja mir hat das Buch halt wirklich gut gefallen deswegen hat es auch 4 Sterne bekommen es ist einer der neueren ich glaube 189 oder so ähm hier tauchen halt 2 Charaktere auf die schon damals auch getaucht sind das finde ich auch interessant vor allem die eine finde ich sehr interessant weil die mit Bob schon einige zu tun hat ähm ähm der Schreibstie hat mir auch sehr gut gefallen ich glaube in 2 Tagen hatte ich das auch durch äh das Cover finde ich auch sehr hübsch und sonst habe ich eigentlich hier nichts zu sagen außer dass der arme Bob hier bisschen leidet in dem Buch aber wo leidet kein 3 Fragezeichen mal unter irgendwas ja ich hoffe euch hat die Rezension gefallen ihr könnt ja Daumen hoch geben und auch ein nettes Kommentarchen da lassen ich freue mich ja auf alles bis dahin sage ich dann Tschüssi Tschüssi Musik